Wenn dann nächstes Jahr, ey, hätte ich mal gewusst. Du weißt es jetzt. 2024. Mach Platz in deinem Kalender. Ich weiß, der Herbst. Da gibt es immer genug zu tun. Aber ich will einfach draußen sein bei dem Thema. Hätten sie mir das mal früher gesagt. Ja, ich hab's jetzt gesagt. 2025 finden wieder Schulungen statt. Es finden wieder Prüfungen statt. Das wird so sein. Aber der Anspruch ist von diesen Herren und Damen, die die Prüfungsfragen machen, die Durchfahrquote zu erhöhen. Ach ja mal. Deswegen. So wie es ist, ist es gerade gut. Gültigkeit ein Leben lang. Ich glaube, es habe ich schon dreimal gesagt. Das langt. Brandschutz to go. Der Podcast mit News, Tipps und Anekdoten aus der Sicherheitstechnik auf all deinen Lieblings-Podcast-Apps. Powered by Unternehmensberatung Wenzel. Dein Marktführer bei der Beratung zur Zertifizierung nach DIN 14675.